Hallo Leute, mein Name ist Soziale, Sock und David. Herzlich Willkommen zu einer kleinen Ankündigung und Minimove. Ja, so vorher die Rückkehr von Game & Watch 9 von 9, der unter anderem Buffett und das Olo-Mini-Spiel erschaffen hat, habe ich eine besondere Ankündigung. Nächste Woche wird es nämlich einen MUTAN-Part geben. Oder besser gesagt, einen MUTANTAG. Das heißt, 24 Stunden voller MUTAN-Power und Schaff. Eine große Menge an verschiedenen Chars, unter anderem werden wir uns Watch-Härme und, wie schon eben erwähnt, Game & Watch vornehmen. Und das nächste Mal. Auf, 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 auf. Hey, oh. Ja, warum ich das jetzt ankündige, ist ganz einfach. Auf, 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 auf. Da habe ich wieder Pech gehabt. Ihr dürft nämlich in den Kommentaren schreiben, wie verschiedene Figuren, egal wohin, egal was, in die Kommentare, welche Charaktere wollt ihr in dieser Woche sehen? Was für Helden wollt ihr sehen? Das Ganze läuft ähnlich wie der ethnische Vortrag ein. Und zwar, wollt ihr zum Beispiel einen neuen Sand sehen? Wollt ihr vielleicht Meta Knight sehen? Wollt ihr vielleicht sogar was ganz Craziges wie Scenic sehen? Oder sonst irgendwas, was ist? Schreibt euren Charakter in die Kommentare. Ich werde gucken, ob ich diesen Charakter in die Finger bekomme. Und wenn der kommt, dann werdet ihr es wissen. Denn es wird als Premiere angekündigt. Der Tag wird entweder am Mittwoch oder am Samstag stattfinden. Das habe ich noch nicht ganz entschieden. Und wird eine Menge neuer Mutant Charakter hinzufügen. Allerdings auch natürlich, wie beim ersten Vorpart, einen vierzehnstündigen Teil Conflation machen. Und jetzt sehen wir noch eine Minute, warum es noch nicht mehr so ist. Also ich hoffe, ihr freut euch. Und ja. Damit ist offiziell der Tag am nächsten Woche. Ich hoffe, ihr seid bereit. Meine Macht ist 53,000,000! Ich kann ihn sowieso nicht sagen, Maxi. Round 2, Fight! Ich kann nicht mehr sterben. Ich kann nicht mehr sterben. Ich kann ihn nicht mehr sterben. Ich werde gucken, dass ich sie kriege, wenn sie werden kann, dass ich einen an die Schrauben Ich werde jetzt nicht mehr in die Arme. 909. Ein bisschen auseinanderlegen. Das kann ich euch sagen. K.O. Sonic Wings. Round 3. Fight. Bangle Bangle. Du Auge Bangle nach oben glitscht. Nächste Grimmen. Bangle Bangle. Die Sky Chester ist schon wieder. Na super. Das ist ein bisschen blöd. Aber. Ja wir haben es. Das ist ein bisschen blöd. Bangle Bangle. Bangle Bangle. Bangle Bangle Aber an diesem Tag würde ich hier noch ein wenig sein. Ein kleines Special. Wir hatten schon einen Fortnite-Tag. Einen SD-Voter. Jetzt noch mal die Mutten-Fahrt. Schon sehr viel auf meinem Kanal ist. Und eben die Möglichkeiten da unendlich sind. Ich würde nicht sagen, dass ich noch alles bin. Juhu. Hier ist auch noch nicht möglich. Hey, Schwerger der Kahn. K.O. Nightmare Spa. Ok, das ist gut. K.O. Nightmare Spa. Time over. I'm out of here. Duogame. Das war's schon. Wählt auf jeden Fall eure Charaktere. Ich werde gucken, ob ich sie in Mutten auftreiben kann. Damit bedanke ich mich für's Zusehen. Bleibt sozial. Bye. Hier wird das Nauta und bine. September 6. Halt.